Möchten Sie etliche 1000 Euro zusätzlich verdienen, Jahr für Jahr und spielend einfach? Dann erzähle ich Ihnen jetzt etwas über ein sagenhaftes Verdienstkonzept, das völlig legal ist und zugleich einen unglaublichen Boom erlebt. Um was es sich da behandelt, wollen Sie wissen? Nun, ich rede von Hörbüchern. Der Absatz von Hörbüchern geht seit Jahren stahl nach oben und dieser Wachstum wird anhalten. Mein Tipp, steigen Sie in diesen Expansionsmarkt ein. Produzieren Sie Ihre eigenen Hörbücher, einfach von Ihren eigenen vier Wänden aus. Das hört sich schwierig an, ist aber gar nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Sie brauchen nur einen PC mit Soundkarte, ein gutes Mikrofon, einen absatzstarken Textvorlage und mein einzigartiges Konzept rum, um die professionelle Produktion und den ebenso professionellen Vertrieb Ihrer eigenen Hörbücher. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern. Lernen Sie den souveränen Umgang mit der simplensten und zugleich profitabelsten Millionärsregel aller Zeiten. Kostenlos produzieren, teuer verkaufen. Lernen Sie eine super Geschäftsidee kennen, mit der sogar nachweislich Hartz-IV-Empfänger in kurzer Zeit den Sprung zum Spitzenverdiener geschafft haben. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Wir sehen uns.